Gab es zum Beispiel, gab es das Lied vom Profit, das Profitlied? Müsste es nur noch keiner. Solange der Profit unser einziger Gott ist, erübigt sich jedes Gespräch. Solange der Profit nur der Weg zum Bankrott ist, erübigt sich jedes Gespräch. Da geht es nicht um fachlich, da geht es nicht um sachlich, da geht es nur mehr um Religion. Und solange der Profit unser einziger Gott ist, erübigt sich die Diskussion. Und heute, heute machen Sie den größten Gewinn mit Kokain, mit Heroin. Und das Thema, um ein bisschen anzusprechen, ne? Woher kommt immer der Drogentod? Was tun wir gegen den Drogentod? Fragt jeder Politiker. Woher kommt immer das Angebot? Ja, woher kommt immer das Angebot? Fragt jeder Politiker. Die können sich alles Gejammre ersparen, wir antworten sind doch ein Blinder. Betäubungen, Gettner, sicherste Waren und das Beste kunden. Die Kinder, die Kinder. Ja, solange der Profit unser einziger Gott ist, gibt es an jedem Eck Heroin. Solange die Weltwirtschaft nichts als ein Gangsterkomplot ist, hat das ganze Gejammer keinen Sinn. Es ist alles verlogen, sie werden erzogen, die Kinder zum Drogengenuss. Und solange der Profit unser einziger Gott ist, verkaufen wir den goldenen Schuss. Sie sehen, was in der Ernährung geschieht mit dem Steroid, mit dem Pestizid. Haben Sie heute Abend schon zu Abend gegessen, vielleicht ein kleines Filet. Was tun wir gegen die Rindermast? Was tun wir gegen die Rindermast? Fragt der Verbraucherschutz. Das Gift im Fleisch sieht doch ein Blinder fast. Das Gift im Fleisch sieht doch ein Blinder fast. Sagt der Verbraucherschutz. Es ist für den Bürger doch wirklich am besten auf jeden Skandal zu vergessen. Womit die auch immer die Fleischbärge mästen. Was denn wollen sie heute noch fressen? Vielleicht hat der Abend noch einen schönen Lachs, das schwimmende Hormon kalt. Solange der Profit unser einziger Gott ist, verkaufen wir Gift, Gas, Chemie. Solange die Kontrolle nur hohen oder Spott ist, verkaufen wir Atomindustrie. Ein ganz nettes Zubrot, das wäre auch ein U-Brot und eine nette Raketenfabrik. Solange der Profit unser einziger Gott ist, verkaufen wir dem Henker den Strick. Könnte man noch stundenlang Zusatzstrophen singen. Stunden lang.